Wir sind nicht besser als die anderen, wir sind ganz anders. Wir bieten eine Alternative zu den herkömmlichen Montage- und Trägerstrukturen aus Aluminium. Unser Produkt ist revolutionär und bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Sehen wir uns diese einmal im Einzelnen an. Die Installationszeit verkürzt sich gegenüber herkömmlichen Systemen um 70%. Man muss nichts zusammenbauen und keine Löcher ins Dach bohren. Es ist ein ganz einfaches System. Wir haben viele Anlagen an unserem Sitz, die von ein paar Anlagebauern in wenigen Stunden installiert wurden. Unser System ist spitze bei der Reduzierung der Kosten pro KW. Es handelt sich wirklich um ein sehr einfaches System. Man muss nur die Hülle anbringen, die bereits vorgebohrte Beschwerung mit den M8-Buchsen anbringen und die Photovoltaik-Paneele mit Hilfe von Abschluss- und Mittelkrampen befestigen. Die Installationszeit reduziert sich mit unserem System gegenüber herkömmlichen Systemen um 70%. So viele andere Akteure auf dem Markt haben Lösungen für Flachdächer, jedoch mit nur sehr geringem Neigungswinkel. Wir von Sunballast bieten gut 40 Modelle mit einem Neigungswinkel von 0 bis 35 Grad, um die unterschiedlichen Kombinationen für die waagerechte, senkrechte und Ost-West-Montage ausführen zu können. Man muss die Beschwerungen nicht am Dach befestigen. Es genügt, sie aufzulegen, damit sie eine Doppelfunktion als Trägersystem und Beschwerung in einem einzigen Element erfüllen können. Dies macht sie extrem vielseitig. Man kann sie verschieben, um Hindernisse zu umgehen, anheben, um die Schattenzonen zu vermeiden und rein hinzufügen oder entfernen. Das Layout der Anlage lässt sich ganz einfach verändern, da das Paneel die Vorgaben macht und nicht der Aufbau. Natürlich ist es möglich, Beschwerungen nach Maß zu planen und zu entwerfen für verschiedene Ausmaße, Gewichte und Masse, die sogenannten Custom-Beschwerungen. In diesem Bereich bewegen wir uns jedoch bei mittelgroßen bis großen Projekten mit grundsätzlich mehr als 200 Beschwerungen. Wir bieten unseren Kunden und potenziellen Kunden einen kostenlosen technischen Beratungsdienst. In weniger als 24 Stunden senden wir Ihnen einen kompletten Entwurf mit Materialliste, Layout und Berechnung des Gewichts pro Quadratmeter. Unser technisches Büro besteht aus zahlreichen Experten, die sich den ganzen Tag über mit der Planung von Photovoltaikanlagen befassen. Wir haben so viele solche Anlagen geplant und so viele Fallstudien gesehen, dass sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Wir denken an alles. Möchten Sie einen unserer größten Vorzüge kennenlernen? Einer der am meisten im Photovoltaikbereich diskutierten Aspekte ist die Windbeständigkeit. Oft gibt es Zweifel, wie eine lediglich aufgelegte und nicht befestigte, also selbsttragende Beschwerung windfest sein kann. Doch wenn wir uns auf die technischen Daten und Prinzipien der Aerodynamik stützen, können wir sie beruhigen. Aber wir haben es nicht dabei belassen. Wir haben von externen Labors Tests im Windkanal durchführen lassen und außerordentliche Ergebnisse erzielt. Einige Systeme, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, haben Windstärken von mehr als 150 Stundenkilometern widerstanden. Vergleichbar mit einem regelrechten Sturm. Denken Sie daran, dass wir von einem aufgelegten, nicht befestigten System sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.